An alle Agenten, ihr seid in großer Gefahr. Ein Überläufer hat dem Syndikat all eure Identitäten verraten und die rote Kralle ausgeschickt, um euch zu schnappen. Er wird nicht eher Ruhe geben, bis mindestens einer von euch in seinen Fängen landet. Also flieht, ihr habt keine Zeit zu verlieren. Von euren Kontaktleuten erhaltet ihr gefälschte Papiere, Klamotten, einen fahrbaren Untersatz und Geld, die ihr auf eurer Flucht braucht. Aber nutzt ihr eines dieser Hilfsmittel zu oft, macht ihr damit euren Verfolger auf euch aufmerksam. Hinterlasst ihr zu viele Spuren, werdet ihr geschnappt. Also nutzt jede Gelegenheit, eure Fährte zu verwischen oder gar andere ans Messer zu liefern, um euer eigenes Fell zu retten. Aber je näher die rote Kralle euch auf den Fersen ist, desto mehr Adrenalin strömt auch durch eure Körper und spornt euch an, ungeahnte Fähigkeiten zu nutzen und unberechenbar zu werden. Worauf wartet ihr noch? Die rote Kralle. Eure Flucht beginnt in der Spiele-Schmiede.